So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Digga in der neuen Folge Pokémon GO bzw. ein Infovideo zum neuen Event Blühendes Wunder. Finde ich lustig, sonst haben die immer so ewig lange breite Überschriften gehabt, aber bei der Wetterwoche stand ja auch einfach nur Wetterwoche und das war's. Da stand gar nichts so wie, heftig neue Sachen in der kommenden Wetterwoche, jetzt neu, aber da steht ja auch einfach nur Blühendes Wunder. Weil so heißt dann, das nächste Event, was ich jetzt ankündige, aber nicht das nächste Event, was ist, weil vor dem Blühendes Wunder kommt ja noch die Wetterwoche. Jetzt habt ihr schon wieder alle vergessen, was in der Wetterwoche ist, da könnt ihr euch aber das Infovideo noch dazu angucken, was gemacht wurde oder geht halt auf den Pokémon GO LIVE.com Post, da ist immer alles übersichtlich. Gestern wurde das schon irgendwie hier angekündigt, Blühendes Wunder, ein Link zu diesem Blogpost, da war dann aber ein Bild von Keldeo und ein Beitrag von 2022, hat wieder mal nichts gepasst, war sehr verworren. Obwohl dieses Bild in der Vorschau war, ist man bei einem falschen Artikel rausgekommen, jetzt ist es aber da und ihr seht, da ist Zarude drauf und Zarude ist auch das Maskottchen für den Monat März. Ihr habt Zarude gewählt, weil ihr gesagt habt, das ist das genialste, krasseste, lustigste, heftigste Pokémon der Welt. Ich muss sagen, ich freue mich auch auf Zarude. Der Main hatte damals eins, das hat er dann auf Level 40 gezogen. Der Habanero Account hat jetzt keins, das gab sie nur damals mal in der Ticketforschung und jetzt kommt es zurück. Beiblühendes Wunder, aber auch in einer Ticketforschung muss man also kaufen, aber man kann dadurch dann zwei Zarude haben. Es ist auch schon eine Frage gestellt worden, wie ist das, wenn ich ein Zarude habe und das Ticket kaufe, kriege ich dann ein zweites oder nur Bonbons. Ihr werdet ein zweites bekommen, für mich auf dem Habanero, aber dann halt das erste und dieses erste werde ich versuchen, wieder dann auf Level 40 zu ziehen. Das heißt, aus Raids, alle Sonderbonbons, die ich kriege und so weiter, packe ich dann in meinen Zarude rein. Ich weiß eh mal nicht, was ich machen soll mit den Bonbons, jetzt weiß ich, ich packe sie in Zarude. Vorausgesetzt, ich kriege das Ticket, denn ich selber kaufe ja nichts mehr. Wenn mir jemand aber ein Ticket schenkt oder so, dann nehme ich das natürlich an. Ich kann es ja dann nicht abwehren in dem Moment und Zarude würde sich auf jeden Fall lohnen. Blühendes Wunder von Donnerstag, 21. März. 10 Uhr bis Montag, den 25. März, 20 Uhr. Also Donnerstag bis Montag, so übers Wochenende hin. Die Forschung Michlaus der Finsteraffe kehrt zurück. Die exklusive Forschung Michlaus der Finsteraffe ist während des Events Blühendes Wunder für 7,99 US-Dollar erhältlich. Tickets für die Forschung, bei der Zarude erscheinen, können von Donnerstag, dem 21. März, 10 Uhr bis Montag, 20 Uhr erworben werden. Also solange wie das Event geht, solange habt ihr die Möglichkeit, euch so ein Ticket zu sichern. Wenn ihr ein Ticket gekauft habt, erhaltet ihr die Forschung während des Events Blühendes Wunder. Hierfür müsst ihr Pokémon Go zwischen Donnerstag, 10 Uhr und Montag, 20 Uhr öffnen. Sobald ihr die Spezialforschung bekommen habt, könnt ihr sie jederzeit abschließen. Es lohnt sich meistens in einem Event Zeitraum eine Forschung abzuschließen, weil da sind ja auch bestimmte Aufgaben immer drin, die man im Event eben besser lösen kann, als wenn das Event um ist, weil vieles auch an bestimmte Spawns gekoppelt ist. Siehe, Forschung, Fang ein Dragosso und Aerodactyl, was zur Abenteuerwoche kam. Man hatte unendlich Zeit, die Abenteuerwoche war um, die Leute haben nie wieder Aerodactyl gefunden, mussten auf einen Mega-Raid warten oder mal durch Zufall. Also das kann schon schwierig sein. Für den Abschluss der Forschung begegnet ihr dem Finsteraffen-Pokémon Zarude. Außerdem gibt es zwei Premium-Kampfpässe, sechs Silberne Sananabären, fünf Sonderbonbons, ein Rauch. Also man kann sich für 8 US-Dollar einen Affen kaufen. Das Ding ist unendlich, Pflanze und halt bei vielen Leuten natürlich sehr begehrt. Gesteigerte Effektivität von Rauch. Wenn ihr ein Ticket gekauft habt, erscheinen die folgenden Pokémon häufiger, wenn ihr während des Events Rauch verwendet. Flabeppe, Rotblüder, aber nur in Europa, nachher Osten Afrika, Blaublüder in Asien und Gelbblüder in Amerika. Mit etwas Glück könnt ihr unabhängig von eurem Wohnort sogar Flabeppe mit weißer und orangenfarbener Blüte begegnen. Kennt man ja die ganze Geschichte von dem ganzen Zeug. Dann haben wir hier noch drauf Sodamag, Veggie-Mag, Grill-Mag, Wommel, Flabeppe, Rot, Blau, Gelb, Waumball mit Blumenkranz. Hat man oben ja gesehen, beziehungsweise sieht man auch hier im Hintergrund noch ein bisschen zur Ruhe. Mit Glück begegnet ihr sogar den folgenden Pokémon. Weiß-Orange, Blüder von Flabeppe. Alles was hier so gekennzeichnet ist mit der Rosette kann Shiny sein. Und das ist hier in dem Beispiel alles. Sodamag, Veggie-Mag, Grill-Mag, Wommel, Flabeppe, Waumballs mit Blumenkranz. Jetzt fängt das schon an wie Charnera, zur Ruhe. Ist ja alles so da. Flabeppe zu sammeln, die ganzen einzelnen Shinies, ist natürlich für viele ein großer fetter Anreiz. Und für mich jetzt leider nicht mehr. Auf dem Main-Account wäre es richtig fett gewesen. Aber hier interessiert mich das jetzt nicht mehr, sagen wir es mal so. Jetzt ist nur noch zum Spaß. Kein Geld ausgeben, nicht mehr reinzusuchten, chillen. Ihr könnt das Ticket natürlich auch verschenken an Superfreunde. Also wenn ihr Stufe 2 habt. Pokémon-Debüts. Neue kostümierte Pokémon erscheinen während des Events. Waumball mit Blumenkranz und auch die Weiterentwicklung Elfhuhn mit Blumenkranz. Wilde Pokémon, was gibt es denn? Ich finde es halt wieder mal richtig schade, dass das einfach nur alles so schriftlich da niedergeprasselt ist. Anstatt schön das bebildert zu machen, wie man das sonst kennt. Wilde Pokémon. So. Flabeppe, Rot, Blau, Gelb. Bieser Sam. Sam, Mirapla, Tangela, Hopspross, Fifien, Blanas, Knills. Waumball mit Blumenkranz. Nochmal die Flabeppes. Wommel. Mit Glück begegnete sogar Veggie-Mark, Grill-Mark, Sodamark zur Ruhr. Flabeppe, Weiß-Orange. Veggie-Mark, Grill-Mark, Sodamark sind ja eigentlich regional. Hier steht jetzt aber nichts dabei von Regionen. Das heißt, sie sind weltweit jetzt für alle verfügbar während des Events. Leute, die also noch keinen Soda oder Veggie haben. Bei uns gab es immer nur Grill-Mark, das Rode, mit dem Kotwürstchen auf dem Kopf. Haben jetzt also die Möglichkeit, nochmal Veggie-Mark, Sodamark und die Entwicklungen davon zu kriegen oder auch die Shinies zu kriegen. Ihr seht, alles wird irgendwann mal für alle bereitgestellt. Man kann eigentlich nichts verpassen. Würde mich sonst wundern, weil hier stehen keine Kontinente dahinter. Bei den Flabeppes oben von den Farben haben sie das extra gemacht. Da nicht, muss also für alle sein. Bisa-Samen. Gut, vielleicht für noch ein gutes Exemplar. Mega Bisa-Flor. Alles hin und her. Knilz-Kapilz ist für Kampfpflanze auch einigermaßen ganz gut. Würde ich sagen, Wommel. Wommel mit Blumenkranz. Ja, für die Scheinejäger. Ansonsten ist Wommel ja eigentlich auch im Minicap damals ganz cool gewesen. So, wenn du eins unter 500 WP hattest im Minicap, da habe ich gerne mal mitgespielt. Die Zeiten sind auch vorbei. Also die Spawns sind wieder mal überschaubar. Sehr pflanzenlastig. Passt dazu. Alles klar. Aber jetzt nicht so krasse Sachen dabei, dass viele Leute wieder sagen werden, langweiliges Event. Aber die Scheinejäger haben auf jeden Fall einiges zu tun. Und schön, dass also die Mucks jetzt alle erscheinen. Pokémon bei Feldforschungen. Wullpix, Quapsel, Merrill, Schneckmark, Wommel mit Blumenkranz, Veggie-Magrill-Mag, Sodamark. Quapsel, GBL immer noch ein bisschen interessant. Merrill ein bisschen interessant. Wullpix wahrscheinlich auch. Habe ich aber noch nie mitgespielt. Aber Merrill habe ich dann immer als Azumarill oder so, habe ich da immer ein bisschen was gemacht. Es gibt wieder Sammlerherausforderungen. Am Ende gibt es wieder Staub-EP, eine Begegnung mit Wommel, mit Blumenkranz. Vielleicht sogar Shiny direkt aus dieser Quest dann. Also dieser Sammlerherausforderung am Ende. Und diverse Pokémon-Showcases. Sieht halt alles nach nichts aus. Das einzige Bild, was wir haben, ist das Titelbild hier oben. Aber da seht ihr ja, guck, da sind ja Flabebe. Hier ist ein oranges Flabebe. Hier ist ein weißes Flabebe. Da ist Zarude, der dicke Affe, in der Mitte. Da habt ihr hier rechts die Waumballs und links das Elfhuhn. Wie findet ihr das Event? Habt ihr Bock? Werdet ihr spielen? Was sind eure Ziele? Wenn es kein Ticket gibt für mich, habe ich in dem Event an sich eigentlich nichts zu tun. Großartig. Ich bräuchte jetzt nichts. Wenn es ein Ticket gibt, freue ich mich auf Zarude. Und werde alle Sonderbonbons, die ich habe, wie gesagt, in Zarude investieren, um den mal zu pushen. Den mal auf Level 40 zu bringen. Der Main-Account, der konnte eins auf Level 50 pushen. Jetzt hier werden wahrscheinlich immer Level 40 die Ziele sein, weil mehr einfach nicht möglich ist. Sonst müsstest du ja, aber machst du ja nicht. Das war es von beider Seiten aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder heute Abend nochmal Tagi Tuesday. Letzte Folge mit Hannes. Morgen vielleicht wieder ein Unboxing. Morgen Raider Mittwoch oder so, wenn nichts anderes kommt. Und ich glaube, Donnerstag ist diesmal Raid-Boss-Wechsel. Aber wir sehen uns. Bis dahin. Peace out forhaut. Euer Ramses.